Sei vorsichtig. Die Decepticons werden alles versuchen, um dein Vordringen zu verhindern. Die menschliche Anlage zur Energieproduktion ist das erste Ziel. Finde dieses Kraftwerk und beschütze. Reiter, du musst das Ziel erreichen, bevor es zerstört wird. Das Kraftwerk ist in der Nähe. Beeilung, Megakron, darf es nicht zerstören. Gerade rechtzeitig. Okay, mit dem Kopf immer mehr. Die Decepticons sind in der Nähe. Weitere Decepticons. Autobots, Decepticons nähern sich. Wir werden angegriffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 der junge leistet wirklich verdammt so leicht geschlagen geben sie wurden verjagt die decepticons wechseln ihr ziel sie sind unterwegs zur örtlichen fernsehstation das kraftwerk ist sicher aber das visuelle sendesystem der menschen wird angegriffen findet diese fernsehstation und verteilige sie die fernsehstation ist in der der Was ist das? Das Fernsehsendezentrum ist in Gefahr. Ich hab so den Scheren ab. Das ist kein Gehirn. Der bekommt von mir eine Kälte von 50 Mikrogramm. Du hast ehrenhaft gekämpft und die Schwachen beschützt. Ich bin stolz, an deiner Seite dienen zu dürfen. Ich bin stolz, ein Löw undall. Das ist ein Gehirn. Vielen Dank.